Wer da meint, junge Menschen gehen nicht mehr ins Theater, der irrt aber gewaltig. Sicher, es kommt natürlich immer darauf an, was da im Theater geboten wird. Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte bietet jetzt am Abend eine Bastelstunde der besonderen Art an. Ein Design-Battle. Vor Publikum treten bei der Cut & Paste Bastelwütige auf der Bühne gegeneinander an. Der Computer ersetzt dabei Schere und Papier und herausgekommen sind 2D- und 3D-Animationen. Der Gewinner fährt dann übrigens nach New York zum großen Finale.